Dafür, dass es heute friedlich geblieben ist, danke dafür, dass es heute friedlich bleibt. Ich danke euch, dass ihr das Wort bekommen habt. Ich wünsche einen guten Abend, alles Gute und weiterhin viel Erfolg für die weltmäßigen Orientierenden, für die politischen Engagement und euer Antreten. Das haben wir ja gleich mal ganz gut. Wir haben gerade das Netzwerk gehabt und ich habe Ihnen das nicht gewalt, dass ich Sie festgehalten habe. Das muss ich Ihnen noch sagen. Wir stehen hier, ganz kurz, wir stehen hier fest, weil wir sagen, dass die Medien lügen. Wie können Sie sagen, fünf oder vier Politiker, die wurden nur verlegt. Über 40 Mikraten wurden mitgenommen. Herr Feldmann, Herr Feldmann, lassen Sie sie zu Wort kommen. Ich hoffe, die Polizei als Menschlich zu reagieren. Ich hoffe, die Polizei als Menschlich zu reagieren. Wir werden kriminalisiert. Aber es ist unser Herz. Unser Herkunft, das Recht, ich bin nicht mehr weiter. Unsere Politiker haben meine Daten an Nazis weitergegeben. Ich bin nicht mehr gerade upper, nur um die Leute nachzuholen. Ich bin nicht mehr deinkle sein. Ich bin nicht mehr die Leute nachzuholen. DasDJte habe ich es Thankslich für das Soleil.